Der gute Lou hat jeden Kampf bestritten, ohne einen einzigen auch nur zu verlieren. Ich bin unglaublich gespannt, was jetzt passieren wird in diesem Match, denn dieses Match wird einiges, einiges entscheiden. Blau ist immer so ein bisschen mein Hoffnungsträger, weil Blau einfach nochmal eine Ecke stärker ist als Rot. Ich will mir noch ganz kurz mal noch was kurzes angucken. Ich habe noch 36 Sekunden Zeit. Ich hätte gerne gewusst, wie schnell ein Tauboss im Vergleich zu einem Voltula ist. Ein Tauboss hat 101 Speed, 121 als Mega und Voltula hat wie viel? 108. Das bedeutet, als Mega bin ich schneller als Voltula, falls er damit leadet und könnte somit Kehrtwenden und seinen Sash brechen. Viel Glück und Spaß schreibe ich dem lieben Triach noch gleich. Und ihr seht, das Wetter schlägt um. Es fangt an mächtig zu donnern und zu blitzen und zu gewittern, denn auch das Wetter macht sich auf unseren Kampf bereit. So, jetzt meine Freunde, wird es ein bisschen schwierig, weil Mann, Bär, Schwein. Ah, was hat das Ding für einen Init? Ah, Mammuthel. Das gute alte Mammuthel. Das Mammutel hat eine Init von 80. Das heißt, eine Init von 120. Ne, mehr, ne? Weil die Hälfte ist, ja, 40. 120. Das bedeutet, er müsste scheu sein, um mich zu Outspeeden. Was für ein Wesen habe ich auf meinem Tauboss? Hm. Bin ich, äh, ich glaube ich bin mäßig, oder? Kann das sein? Ne, ich bin tatsächlich, ich bin tatsächlich Max Innet. Das heißt, mein Mega-Tauboss Outspeedet sein Mann-Bär-Schwein, wenn es hart ist, wenn es ein hartes Wesen hat. Wenn nicht, dann, äh, fucking GG. Ich gehe mal auf eine Hitzewelle und mit Niagara switche ich einfach raus zu Rhino. Huh, meine Freunde, ich bin mir nicht sicher. Ja, ich, ne, ich, ich Outspeede das Ding um einen Punkt. Weil, äh, ich habe 190 Speed und er hat mit einem 80er, ne, da hat er, er geht für die Tarnsteine. 145, die Hälfte sind, ja, 65, ist ein bisschen was, ne, okay. So, der Wohl-Switch wird abgefangen von meinem Rhino und die Tarnsteine, die jucken mich nicht, meine Freunde. Und jetzt sind wir in einer relativ schönen Situation, weil er muss jetzt rausswitchen. Wir haben gesehen, mein Tauboss Outspeedet sein Pokémon. Jetzt bin ich gespannt, was passieren wird. Ähm, ich habe leider mal wieder vergessen, mir sein Team aufzuschreiben. Ähm, ich verdammter Idiot. Ah, ich glaube, ich gehe jetzt mal auf den, ähm, auf den Schwertanz? Oder gehe ich auf die Steinpolitur? Ich gehe mal auf die Steinpolitur, weil dann Outspeede ich alles und jeden, oder? Ja, ich gehe auf die Steinpolitur. Kann ja immer noch auf den Schwertanz gehen, wenn ich dann will. Äh, aber somit Outspeede ich schon mal alles mit meinem, äh, Rihorn. So, Tentoxa kommt rein, okay. Das Ding ist, Tentoxa Outspeede ich in der nächsten Runde. Ne, und, äh, kann somit mit beiden meiner Pokémon eigentlich, beziehungsweise beide die gegnerischen Pokémon umbringen. So, da kommt Datda. Die Frage ist halt, was will X-Bart meinem Rihornio machen? Rihornio kann, ne, Rihornio ist nicht wirklich, ne, kann nicht so viel. Einstecken, sag ich jetzt mal. Ich gehe auf nen... Hm, was mache ich an der Stelle, meine Boys, meine Girls? Soll ich zu... Ich könnte theoretisch einfach noch nen... Nen Orkan droppen und zwar auf Brave Bird, weil ich, äh, treffe eh immer. Und ein Erdbeben mit meinem, äh, Rhino, mit dem ich jetzt schneller bin als das, äh, Schickerhut. So, gebandet. Ne, macht das einiges an Damage. Das reicht aber wegen 3 KP nicht aus, um meine Tau-Boss zu töten. Das wird aber ausreichen, um X-Bart zu töten. Mega Tau-Boss for the fucking win, Boys. So, das Erdbeben, ich glaube, das reicht. Das ist Stab, das ist sehr effektiv. Es ist nur ein Rihorn, aber auch Rihorn hat nen ziemlich krassen Angriff. Das reicht nicht, Alter. Das reicht nicht. Wow, okay. Ja, mit dem Sielewasser. Nimmt er natürlich 4-effektiv mein Rihorn raus. Das ist sehr, sehr gut. Jetzt kann er mit Dragoran reinkommen und mich eigentlich mehr oder weniger einfach töten. Äh, okay. Soll ich zu Niagara reingehen? Das Problem ist, er hat jetzt ein Elektro-Pokémon, was meine Pokémon umbringt, ne? Dennoch würde ich gerne auf... Puh, was, 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 was? Ja, er könnte, er könnte, das ist ein Problem. Ich gehe zu Garados raus, ich gehe zu Garados raus, versuche ein bisschen was zu Donnerwellen. Äh, ne, dass das Dragoran vielleicht ein bisschen, äh, verkrüppelt ist. Ne, weil, wie gesagt, das Turbo-Tempo kann jetzt einfach rauskommen. So, der Bedroher kommt. Äh, ja, du kannst mich siedewassern, du kannst mich burnen, wenn du willst, kannst du alles machen. Aber mein Niagara ist eh dafür ausgelegt, äh, um eben nicht unbedingt, äh, ja, ne? Das Ding ist, er hat die Tarnsteine draußen. Und deswegen wird Tau Goku jetzt eigentlich mehr oder weniger sterben. Außer ich gehe auf den Ruheort. Ähm, und er geht nicht für das Turbo-Tempo. Das wäre aber relativ doof. Dennoch halte ich das für die bessere Variante. Ähm, und werde jetzt einfach mal für den Eiszahn gehen, um ehrlich zu sein. Ich gehe einfach mal für den Eiszahn. Warum eigentlich nicht? So, Tau Goku wird rausgenommen. Ich gehe für den Eiszahn. Ich könnte ihn paralysieren, um ehrlich zu sein. Aber, hey, was will er mir großartig tun? Ist auf Minus 1, ne? Etc, etc, so. Da kommt der Eiszahn, er hat keinen Schwächenschutz drauf. Von daher muss ich da definitiv keine Angst vorhaben. Uh, das war... Ein Kreese! Jo, das war ein Kreese, Freunde! Hashtag Kreese in die Kommentare, Alter! Holy Shit! Oh mein Gott, das war böse. Das war fucking böse. Gut, ähm, er kann immer noch zu Mammutel rein switchen, das Ganze. Ich gehe zu Kokowai raus. Jetzt muss ich mich nämlich nur auf seine rechte Seite konzentrieren. Oh, das wird jetzt interessant werden, Freunde. Das wird jetzt super interessant werden. Äh, ich gehe auf den Sonnentag. Und mit meinem Garados gehe ich auf den Drachentanz. Denn ich bin mir nicht sicher, ob er hier drin bleiben will. Ich bin mir nicht sicher, ob er hier drin bleiben will. Das Raghuran ist leider eingefroren. Oh je, oh je, oh je. Er gibt für den Abschlag, das ist völlig in Ordnung. Die Überreste jucken mich halt null. So, der Sonnentag kommt raus. Jetzt ist meine... Dingens doppelt so schnell. Ne, hier, Chlorophyll und so. Und Mammutel wird deswegen, naja, eine nicht sehr schöne Zeit haben, meine Freunde. Okay, der schicke Hut wird sterben, ganz klar. Ich kann, wenn ich will, einen Psychoschock droppen. Ich kann, ne, da gibt es noch einen X-Bart, was da reingeswitcht werden könnte, potenziell. Ich outspeede jetzt auch mit meinem Miyagara. Ich bin jetzt... Oh mein Gott, Freunde. Ich glaube, Blau wird jetzt gleich den, äh, lieben Lu überrollen. Ähm, ich weiß nicht, inwie sehr der... Der Freeze gemattert hat. Er hätte halt schon eine Drachenklaue raushauen können auf Kokowai. Okay, allerdings war er auf Minus 1 und ich hätte ihn auch auf Minus 2 bringen können mit einem, äh, weiteren Bedroher von meinem Makani und so weiter. Ja, aber er hätte halt, ne, es ist halt ein gefreeztes Pokémon auf der einen Seite des Feldes und das, äh, ist halt doof, ne. So, der schicke Hut stirbt, das ist Step. Geht auf die physische Death und, ähm, ist sogar noch Leben Orb boosted. Jetzt kommt ein Eiszahn, der definitiv reichen wird, um das Ding rauszunehmen. Und ich glaube, hier schwächelt der junge Mann das erste Mal in diesem Turnier. Ich outspeede jetzt jedes seiner Pokémon. Ich habe auf jedes seiner Pokémon einen sehr effektiven Move. Das Einzige, was er jetzt machen kann, ist, mit, äh, mehr oder weniger eigentlich beiden Pokémon reinzukommen. Hier, Mammutl und X-Bart und versuchen meine, meine, äh, Kokowai rauszunehmen. Alter Schwede, das ist interessant. Dieses Match wird schwierig werden für den lieben Lu. Ne, ähm, hier als letztes Halbfinal. Match kurz vor dem Finale gegen mich. Ah, schwächelt er, ist er auf dem falschen Bein auf, äh, gestanden, ne. Aber das ist halt der Vorteil, wenn man eben die Teams noch nicht hin- und auswendig kennt. Man kennt natürlich alle Pokémon, die es beinhaltet, aber man kennt halt noch nicht die ganzen Sets und so weiter, ne. Und das kann halt später mir zum Verhängnis werden, wenn dann die ganzen Battles geleakt oder draußen sind oder was auch immer, ne. Ja, ihr wisst Bescheid. So, ManBearPick kommt rein. ManBearPick wird jetzt aber outspeedet von, äh, ich glaube sogar von beiden meinen Pokémon. Bin mir nicht mal mehr sicher. Äh, warte mal. Ich kann eigentlich relativ safe gehen, ne. ManBearPick. Meine, äh, Garados outspeedet definitiv das Muffet auf plus 1 oder müsste zumindest. Oh, ManBearPick outspeedet immer noch. Wow. Okay, trotz der Sonne, trotz Chlorophyll outspeedet mich ManBearPick immer noch und Muffet outspeedet mich auch auf plus 1 mit Drachentanz. Wow. Okay, das hätte ich nicht erwartet, um ehrlich zu sein. Das hätte ich definitiv nicht erwartet, Alter. Holy shit. Ich dachte, ich bin schneller als die beiden gerade. Echt, ernsthaft. Chlorophyll, äh, mach dein Init mal 2, Alter. Und er ist trotzdem schneller als ich. Wie viel Init hat Kokowai, bitte? 106. Das heißt, der Init ist auf 212. Alter Schwede. Das ist sowas wie ein Mega, äh, ein Ashkway-Jutsu, ne. Das ist eins der schnellsten Pokémon, aber in Ordnung. Ja gut, dann komm ich halt mit Hard Deum rein. Krieg noch nen Bedroher auf das, äh, Mammutl raus. Kann jetzt Relativ, äh, chillig. Ne Feuerattacke droppen. Leider hat er immer noch sein Dragoran hinterher. Ne, Dragoran ist tot, ne. Hm. Er ist halt auf Icicle Crash gelockt. Das ist das Problem. Ich outspeede mit meinem Pokémon definitiv den Rest seines. Warte mal, was hat er denn noch? Ich, ja, ich muss auf, äh, den, äh, Z-Move gehen. Und zwar auf Man-Bear-Pick. Was auch immer da reinkommt, wird sterben. Ich geh auf den Psychoschock. Auf Mieh, da wir den Boy outspeeden. Aber diesmal zu 100%. Ich hab noch den Sash auf Dumbledore. Ich hab noch, äh, den Z-Kristall auf M-Hardam. Und das in der Sonne, meine Freunde. Das wird den, ne, das wird des Todes Damage machen. Jedes Pokémon, was reinkommt, wird sterben. Leider hab ich mir mein Team nicht, äh, sein Team nicht aufgeschrieben. Ne, das ist mal wieder super unfortunate. Aber in Ordnung. Er hat nur, no, er hat noch drei Pokémon, ne. Er hat nur noch Voltula, Alter. Er hat nur noch Voltula. Und wenn er nicht zu Voltula rausswitcht, oh, er muss Dumbledore seinen Sash vernichten. Er muss Dumbledores Sash vernichten. Ansonsten kann er mit einem Erdbeben nicht töten. Weil alle anderen Pokémon outspeede ich. Dumbledore dürfte Voltula definitiv outspeeden, oder? Dumbledore ist schneller als Voltula. Ah, und erst der Psychoschock wird mir, heh, heh, töten. Oh, das wird ein ganz, ganz spannendes Ende, meine Freunde. Das wird ein spannendes Ende. Ich kann nicht sagen, wer jetzt hier gewinnen wird. Eishapfenhagel auf Dumbledore. Wenn ja, könnte er vielleicht gewinnen. Er geht auf Dumbledore. Und er kriegt den Flinch. Wow. Wow. Er kriegt den Flinch, meine Boys. Oh, er kriegt den Flinch in der allerletzten Runde. Ohne den Flinch hätte ich gewonnen. Ohne den Flinch hätte ich gewonnen. Zu 100%. Nero King wäre weg gewesen. Mann, Bärschwein ist jetzt weg. Voltula hätte sich entscheiden müssen, für wen er angreift. Und ich hätte einfach mit beiden das Voltula ausknocken können, weil Voltula war auf dem Sesh. Wenn überhaupt Voltula ein, äh, 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 Simsal outspeedet. Wow. Dieser Flinch hat ihm gerade den Arsch gerettet. Holy shit, Alter. Ja gut, er wird jetzt einfach für ne, äh, ja, er wird nicht mehr für ne Giftattacke gehen, er ist ja nicht gelockt. Er wird einfach für ne Erdkräfte gehen und das, ja, das war's. Das war's mit Hard Deo, meine Freunde. Wow. Dieser Flinch hat ihm gerade den Arsch gerettet und war, und, 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 sowas von den Arsch gerettet. Ja gut, Freunde, wegen, äh, ein bisschen Glück und natürlich, äh, gutem Skill hat Lou sich durch alle Trial Challenger, beziehungsweise Trial Captains und Champions durchgeboxt. Und im nächsten Part, Freunde, gibt's tatsächlich zum zweiten Mal das Finale gegen mich. Und da hat Lou zwei Chancen zu gewinnen. Und die wird er wahrscheinlich brauchen, denn mein Team ist sehr, sehr stark im Vergleich zu den ganzen Challengern hier oder den Captains hier. Und mein Team kenne ich ziemlich gut, nämlich wie meine besten Tasche, außer ein besonderes Pokémon. Und damit wird's relativ interessant werden, meine Freunde. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part, wenn Lou dem Champion entgegentritt, nämlich, äh, dem Champion Sephiroth. Und das bin ich. Bis zum nächsten Mal.